Ziemlich viele iPhone-Nutzer verwenden Apple Music als Musik-Streaming-Dienst auf dem iPhone, HomePod, auf dem Mac oder auch auf dem iPad und ich möchte euch in diesem Video gerne zeigen, welche Einstellungen ihr anpassen könnt, damit ihr das beste Musikerlebnis mit Apple Music bekommt. Aktuell haben übrigens über 75% von euch meinen Kanal noch nicht abonniert und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das jetzt nachholen würdet, dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren ähnlichen Videos mehr rund um das iPhone und iOS und ich zeige euch direkt nach dem Intro, welche Einstellungen ihr für Apple Music einmal überprüfen solltet und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Grundsätzlich befinden sich die Apple Music Einstellungen zum Großteil an einem Ort und zwar innerhalb der Einstellungen-App könnt ihr einmal etwas weiter nach unten scrollen und kommt dann hier einmal zu dem Punkt Musik. Dort könnt ihr raufgehen und daraufhin gibt es hier jetzt mehrere Dinge, die man anpassen bzw. ändern kann. Zuallererst ganz oben mobile Daten, wenn ihr unterwegs Musik hören möchtet über Apple Music, solltet ihr das natürlich aktivieren, dann habt ihr hier die Möglichkeit Playlist-Titel hinzuzufügen und die Mediatheken zu synchronisieren über alle eure Apple-Geräte hinaus, also auf eurem iPhone, auf eurem iPad oder auch auf dem Mac. Dann gibt es hier die Musikeinstellungen, die wir uns jetzt etwas genauer anschauen unter Audio und zwar zuallererst Dolby Atmos, alle Geräte, die eben Dolby Atmos unterstützen, die können dann hier eben das Ganze verwenden, wenn ihr das auf immer eingeschaltet oder zumindest auf automatisch stellt, darunter zum Beispiel AirPods Pro, AirPods Max oder eben alle, die 3D-Audio unterstützen, darunter auch Beats-Kopfhörer oder andere Apple-Geräte und ich würde hier auf jeden Fall entweder automatisch oder immer eingeschaltet empfehlen, außer ihr möchtet das Ganze gar nicht verwenden, für das beste Musikerlebnis solltet ihr das hier aber einschalten. Dann könnt ihr einmal in die Audio-Qualität gehen und hier solltet ihr als allererstes einmal Lossless Audio aktivieren und damit werden eben alle Lossless Dateien, die verfügbar sind, hier eben in Lossless abgespielt, das heißt sie sind unkomprimiert und in diesem Fall könnt ihr dann auch auswählen, wie das Ganze eben komprimiert werden soll und zwar für das Streaming, hier in diesem Fall könnt ihr wählen zwischen hohe Effizienz, dann sind sie relativ klein, also eine geringe Datennutzung, dann könnt ihr hohe Qualität, Lossless oder eben High-Res Lossless auswählen und das Beste ist eben High-Res Lossless, dann wären das in diesem Fall eben hier bei einem 3-minütigen Titel 145 Megabyte, was natürlich eine ganze Menge ist und da müsst ihr natürlich dann am Ende wählen, wie viel Datenvolumen habt ihr und wie viel Speicherplatz habt ihr, wenn ihr die Musik herunterladen wollt. Ich habe in meinem Fall hier überall High-Res Lossless ausgewählt und zwar für Streaming, für WLAN-Streaming und für die Downloads. Da müsst ihr natürlich am Ende schauen, was ihr da am ehesten bevorzugt, was bei euch möglich ist, aber hier würde ich auf jeden Fall diese drei Einstellungen empfehlen, weil ihr eben so am meisten herausholen könnt. Als nächstes gibt es dann einmal hier den Equalizer und der ist in meinem Fall aus. Ihr könnt hier allerdings dann je nachdem, was ihr hauptsächlich für Musik hört, diesen einmal anpassen, zum Beispiel für Hip-Hop, für Jazz, für Klassik, Klavier oder eben viele weitere Genres und wenn ihr etwas lautere Musik hören möchtet, dann könnt ihr hier einmal Late Night auswählen. Das macht grundsätzlich eure Lautsprecher etwas lauter, also Musik wird lauter abgespielt, egal ob direkt am iPhone oder auch über die Apple AirPods oder andere Kopfhörer oder Ausgabegeräte. Das heißt Late Night ist im Grunde genommen so ein kleiner Hack, um eben die Musik etwas lauter zu machen. Je nachdem, wie ihr das möchtet, könnt ihr hier dann entsprechend wählen. Ich lasse das jetzt mal auf Late Night und dann haben wir als nächstes hier Lautstärke anpassen, was einfach nur dafür sorgt, dass so ein Mittelwert gefunden wird, dass wenn ihr zum Beispiel Musik hört oder Filme schaut, dass sich die Lautstärke dort nicht irgendwie extrem variiert, sehr leise oder sehr laut wird, sondern die wird eben auf einem Pegel gehalten. Etwas weiter unten haben wir dann noch weitere Möglichkeiten. Wir können hier natürlich einmal unsere Musikdownloads verwalten und löschen. Wir können den Speicher optimieren, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. So verbraucht ihr weniger Speicher. Dann könnt ihr hier natürlich noch Dinge auswählen, wie über Mobilfunknetz laden. Wenn ihr genügend Datenvolumen habt, könnt ihr das hier aktivieren. Genauso wie als Dolby Atmos laden. Das ist je nachdem, wie viel Mobilfunk ihr habt, wenn ihr beides aktiviert, natürlich auch ein Faktor. Und automatische Downloads könnt ihr hier auch aktivieren. Dann gibt es hier noch die animierte Kunst. Das ist im Grunde genommen für Playlisten, Alben oder Künstlerwebseiten. Da gibt es dann so animierte Coverbilder. Und das kann man einschalten, wenn man das ganz nett findet. Man kann es auch nur im WLAN einschalten oder ausschalten. Das Ganze verbraucht natürlich etwas Datenvolumen oder eben auch Batterie. Dementsprechend hier natürlich wählen, wollt ihr mehr Akku, wollt ihr mehr mobile Daten, dann schaltet das Ganze an dieser Stelle lieber aus. Neben den direkten Apple Music Einstellungen kann ich euch noch empfehlen, ein paar AirPod Einstellungen vorzunehmen. Wie ihr seht, meine Airpods werden hier direkt erkannt. Ab iOS 16 gibt es hier eben direkt in den Einstellungen so ein kleines neues Einstellungsfenster. Da können wir raufgehen, können dann hier natürlich den Namen anpassen. Wir können hier die Geräuschkontrolle, je nachdem ob ihr Airpods Pro habt, anpassen. Wir können hier dann eben dafür sorgen, was passiert, wenn wir links oder rechts den Airpod gedrückt halten. Als nächstes gibt es dann hier den Passtest, den ich auf jeden Fall empfehlen würde. Den solltet ihr einmal durchführen, weil ihr einfach so dafür sorgen könnt, dass die Kopfhörer sicher und zuverlässig sitzen und ihr entsprechend den besten Hörgenuss genießen könnt. Daher auf jeden Fall hier einmal durchführen, wenn ihr Airpods Pro oder Airpods Pro der zweiten Generation habt. An der aktive Transparenz würde ich euch ebenfalls empfehlen zu aktivieren. Und dann gibt es hier noch so Kleinigkeiten, die ganz praktisch sind. Was aber auf jeden Fall noch sehr sinnvoll ist, ist hier das personalisierte 3D-Audio. Das habe ich in meinem Fall hier einmal aktiviert. Das kann man auch hier wieder ausschalten. Und dabei wird einmal euer Kopf gescannt, aber eben auch euer linkes und euer rechtes Ohr über die Face-ID-Kamera, über die 3D-Erkennung. Und damit merkt man auf jeden Fall einen kleinen Unterschied. Daher, wenn ihr eben 3D-Audio unterstützte Ausgabegeräte wie Airpods Pro oder Airpods 3 habt, dann würde ich euch empfehlen, das Ganze hier einmal durchzuführen. Dauert etwa eine Minute und danach habt ihr so ein personalisiertes 3D-Audio-Profil, was ihr hier dann eben aktivieren könnt. Zu guter Letzt gibt es dann noch eine weitere Möglichkeit, den Sound etwas zu optimieren. Und zwar könnt ihr hier einmal in den Einstellungen auf die Bedienungshilfen gehen und hier dann wieder etwas weiter nach unten scrollen bis zu Audiovisuelles. Und hier habt ihr nochmal so ein paar Möglichkeiten, die ihr vornehmen könnt. Ihr könnt hier unter anderem einmal etwas weiter nach unten scrollen und dann hier eure Balance einstellen. Wenn ihr zum Beispiel auf dem linken oder rechten Ohr etwas schlechter oder besser hört, könnt ihr das hier entsprechend etwas anpassen. Und wir können ganz oben, wenn wir noch einmal nach oben scrollen, hier einmal auf die Kopfhöreranpassung gehen. Hier können wir nämlich einige Dinge noch vornehmen und zwar können wir Audio abstimmen und hier können wir unser eigenes Audiogramm auswählen. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht, verlinke ich euch gerne unten in der Videobeschreibung. Innerhalb weniger Minuten könnt ihr nämlich einen Hörtest machen mit den Airpods und könnt dann ein für euch abgestimmtes Audiogramm anlegen. Und dieses könnt ihr hier dann ganz einfach auswählen und das ist natürlich dann nochmal etwas optimierter, etwas personalisierter für eure Ohren und das könnt ihr dann hier am Ende über eigene Audio-Konfiguration auswählen, was auf jeden Fall sehr praktisch ist. Wie ihr seht, gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten, die Qualität von Apple Music noch etwas zu optimieren, mit denen ihr auf jeden Fall dafür sorgen könnt, dass unter anderem die Musik nicht mehr so stark komprimiert ist oder dass ihr eben auch mit den Airpods, Airpods Pro oder Airpods Max noch etwas besser, personalisierter, vor eure Ohren abgestimmter Musik hören könnt. Und ich hoffe natürlich, dass ich euch damit ein bisschen helfen konnte, hier die eine oder andere Einstellung vorzunehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung zu Apple Music mal unten in die Kommentare, welchen Streamingdienst für Musik verwendet ihr, Apple Music, Spotify, Deezer oder doch einen anderen würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen wollt, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!